Moin Moin, hier bei Loon, die sich an der Parfum-Küste befindet, bekommt ihr die Schrein-Quest im Anblick des Wächters. Diese Frau ist aber nicht ganz dicht im Kopf, um an die Kugel zu kommen, die sie in den Händen hält, müssen wir ihr drei verschiedene Wächter-Fotos zeigen. Also von dem Fliegenden, von dem Laufenden und von dem Nanowächter. Ein guter Ort, um einen fliegenden Wächter und einen laufenden Wächter zugleich zu kommen, wäre der Kater-Chuki-Schrein. Von dort aus geht er einfach einen Berg hoch, um von dort halt sehr gut diese zwei Wächter fotografieren zu können. Um ein Foto von einem Nanowächter zu machen, geht ihr in irgendeinen Kampf-Schrein rein, welcher ist dabei egal. Zum Beispiel in den Charso-Keta-Schrein oder in dem Schrein, wo ich gerade drinne bin. Habt ihr alle drei Fotos gemacht, geht ihr wieder zurück zu Loon und zeigt ihr sie. Danach kriegt ihr dann die Kugel, die ihr dann in den Sockel packen könnt. Der Schrein ist dann ein Kampf-Schrein auf dem Schwierigkeitsgrad Mittel. Der Schrein ist dann ein Kampf-Schrein.